Hallo liebe Leserfreunde, wie kann man in Lightburn Bilder umwandeln, um sie schneiden zu können? Um euch die Funktion näher zu bringen, habe ich mal versucht ausführlicher zu erklären, wie sie sich aufbaut. Um ein Bild umwandeln zu können, benötigt man ein Bild im Pixel Format. Dieses kann ein JPEG, PNG, ein GIF oder auch ein TIFF sein. Kein Vektor Format. Wer den Unterschied nicht kennt, ganz grob erklärt, von einem Pixel Format spricht man, wenn das Bild aus vielen kleinen Rechtecken besteht. Jedes enthält eine komplette Angabe zur Farbe und der Helligkeit der Farbe. Das sind zum Beispiel eure selbst erstellten Fotos vom Handy oder die Bilder aus dem Internet, die ihr euch mit Screenshots abspeichert. Erstellt werden sie beispielsweise in Adobe Photoshop, GIMP oder in Affinity Photo. Wenn es auch teilweise Mischmöglichkeiten gibt, aber das ist hier nicht das Thema. Bei einem Vektor Format sind alle Linien, sprich Elemente, berechnet. Sie haben eine exakte XY-Koordinate für ihren Anfangs- und Endpunkt, Werte für Radien, den Wert für Farbe und Dicke der Linie. Vergrößert man eine Linie, wird sie neu berechnet und dargestellt. Erstellt werden sie unter anderem in Adobe Illustrator, Lightburn, Affinity Designer und vielen verschiedenen Cut-Anwendungen. Im Gegensatz zur Vektorgrafik werden die Pixel bei Vergrößerung einfach nur in weitere Rechtecke unterteilt oder im umgekehrten Fall mehrere, ziemlich unschön, in ein Rechteck zusammengepresst. Das Vektor-Bild bleibt dagegen exakt und wird sauber dargestellt. Lädt man ein Pixel-Bild in Lightburn, wird es automatisch in ein Graustufen-Bild konvertiert. Ein Graustufen-Bild besteht aus 256 Graustufen im Bereich von 0 bis 255. Mit 0 entsteht ein reines Schwarz mit 255 Weiß. Um euch das besser zeigen zu können, habe ich mir einen Kreis erstellt in einem Grafikprogramm mit einem Verlauf von einem reinen Weiß bis zu einem reinen Schwarz. Abgespeichert habe ich ihn als PNG, einem Pixel-Format. Ich lade ihn in Lightburn und wähle ihn aus. Die Auswahl aktiviert im Menü Werkzeuge den Punkt Bild verfolgen. Abgeschnitten und Schwelle. Hiermit kann man einstellen, in welchem Bereich der Graustufen die Farbe erkannt werden soll. Schiebt man den Regler für die abgeschnittenen Graustufen nach rechts, geht der Wert in Richtung Weiß und umgekehrt die Schwelle nach links, geht zum Schwarz. Standardwert ist hier 128. Darüber hinaus ist es meist zu hell. Die dargestellten pinken Kreislinien zeigen in welcher Graustufe er die Linien für eine Kontur erstellen würde. Die entstehende Konturlinie besteht aus einem Pfad. Das heißt, sie ist später bearbeitbar. Der Innenkreis ist die Schwelle. Hier sieht man schön, dass er sich durch den momentanen Wert von 128 in einem mittleren grauen Bereich befindet. Der Außenkreis mit dem Wert Null, abgeschnittenen, befindet sich in einem reinen Schwarz. So lassen sich die beiden Regler nun munter hin und her schieben. Je höher der Wert beim abgeschnittenen, je weiter nähert sich der Außenkreis der Farbe Weiß. Und umgekehrt, bei der Schwelle wird der Kreis größer und wandert auf die Farbe Schwarz zu. Das Ergebnis würde eine doppelte Linie ergeben. Mit der Skizzenspur sucht das Programm nach Kanten, die es verfolgen kann. In meinem Beispiel nicht ganz gut, daher lade ich etwas anderes ein und zeige euch die Funktion später an einem Sondermotiv. Ich habe eine kleine Sommerblume gemalt und importiere sie in Lightburn. Dort wird sie automatisch in Graustufen umgewandelt. Da sie schon aktiviert ist, kann ich im Menü Werkzeuge den Punkt Bild verfolgen öffnen. Die Kontur befindet sich wieder in einem mittleren Grau wird. Die Linien sind recht schwach. Um sie deutlicher zu machen, gibt es den Button Bild verblassen. Mein Motiv ist etwas dunkler, also schiebe ich die Schwelle in Richtung Null nach Schwarz. Über den Punkt Glätten werden die zu erzeugenden Spitzen der Konturpfade ein wenig geglättet. Hier sieht man, wie sich die Ecken abrunden. Den genauen Wert zu finden, um gleich alles abzudecken, ist meist gar nicht möglich, da zu viele Graustufen im Bild vorhanden sind. Denn als Beispiel, wie soll man auch gleichzeitig ein Rot und ein Blau bekommen, wenn man nur ein Grün ausgewählt hat. Meine kleinen Tupfen und die hellen Streifen auf meiner Blume sind nicht oder nicht gut erfasst worden. Der Rest aber so, wie ich es möchte. Um das zu lösen, erstelle ich zunächst die Kontur und bestätige mit OK. Lightburn hat den Konturpfad auf einer neuen Ebene erstellt. Ich deaktiviere die neue Ebene in Ausgabe und Anzeige. Um die fehlende Kontur auf einer anderen Ebene erstellen zu können, wähle ich eine neue Farbe aus. Und damit ich meine aktuelle Kontur nicht umfärbe, achte ich darauf, dass ich vorab Ihre Auswahl mit einem Klick in einem freien Bereich beendet habe. Ich wiederhole den Vorgang meiner ersten Konturerstellung, wähle das Bild und öffne den Punkt Bild verfolgen. Zoome auf meine Tupfen und ziehe einen Rahmen auf mit gedrückter und gehaltener linken Maustaste. Wähle so ungefähr den Bereich, so dass ich sie umschließe und spiele erneut an dem Regler der Schwelle und erhöhe den Wert für die Glätte. Mit OK bestätigt sehe ich die neu erstellte Kontur. Ich aktiviere die Ebene mit der ersten Kontur und das Bild schalte ich aus. Es stört nur. Ebene 02 Kontur 1 Ebene 05 Kontur 2 Um die doppelten Tupfen zu entfernen, wähle ich die Ebene 02. Wähle die Kontur aus und löse die Gruppe bestehend aus allen Konturfaden auf. Jetzt kann ich die Tupfen löschen. Zwei kleine Stücke, die durch meine grobe Auswahl entstanden sind, lösche ich aus der Ebene 05. So arbeite ich die fehlenden Bereiche nach. Ihr habt ein Bild mit einer Kontur in schwarz-weiß. Ich habe das mal mit meinem Blümchen nachgestellt für euch und wieder eingeladen. Markieren, Werkzeuge, Bild verfolgen. Hier gestaltet sich das recht einfach. Da ich keine weiteren Grauwerte habe, erkennt Lightburn schwarz und weiß und ich brauche nicht viel zu tun. Ich fasse mal die Funktionen zusammen. Mit Bild verblassen, die Funktion kennen wir bereits, lässt sich das eingeladene Bild verblassen. Mit Punkte anzeigen sieht man an den Konturfaden die Knotenpunkte. Das sind die, über denen man den Pfad später weiter bearbeiten kann. Grenzen löschen. Hat man einen Bereich ausgewählt, den man bearbeiten möchte, wird alles andere ignoriert. Möchte man den Bereichsrahmen wieder deaktivieren, zieht man sich entweder einen neuen auf oder klickt in einen freien Raum außerhalb des Rahms oder nutzt den Button Grenzen löschen. Aktiviert man die Funktion Ursprüngliches Bild löschen, sollte man aufpassen. Denn nach dem Bestätigen mit OK bleibt nur noch die Kontur über. Das Bild wird gelöscht. Und warum aufpassen? Im Gegensatz zu den anderen Standardeinstellungen setzt Lightburn diese Funktion nicht zurück. Der Punkt Ignoriere weniger als. Worum geht es hier? Die Funktion ignoriert Bereiche mit einer kleinen Menge an Farbinformation, sprich Pixel. Gibt es im Bereich also viele Störungen, dann kann die Funktion das Ergebnis unter Umständen verbessern. Glätten. Wie schon erklärt und der Name sagt, werden die Pfade geglättet. Knotenpunkte werden abgerundet und Linien angepasst. Optimieren. Standard ist hier der Wert 0.2. Die Funktion versucht durch das Angleichen der Form Knotenpunkte einzusparen. Dieses kann die Linie organischer machen, weicht dabei aber auch etwas von der Originalkante ab. Mir gefällt es so, ich bestätige mit OK. Ich stelle mal auf Füllen. Dann sieht man das hier besser. Es sieht eigentlich genauso aus wie das Original meiner Blume. Möchte man die Blume jetzt an ihrer Außenkante entlang ausschneiden, löst man die Gruppe auf und markiert die äußerste Linie und schiebt sie zur Seite. Ich würde sie wahrscheinlich duplizieren und mit einer anderen Farbe, einer anderen Ebene als Schnittlinie zuweisen. Zugegeben, die Blume ist jetzt nicht gerade der Hingucker, aber naja, es ist ja auch kein Schönheitswettbewerb. Jetzt brauchen wir noch die Antwort auf die Skizzenspur. Für die benötige ich meine Blume in etwas veränderter Art. Sie hat jetzt auf der linken Seite einen Glanzeffekt bekommen, was im Grunde nichts anderes bedeutet, dass ein kleiner Bereich der Blätter über einen anderen Helligkeitswert verfügt. Ich gehe auf Bild verfolgen und sehe schon auf der rechten Seite fehlt die Kontur. Und wo sich hellere und dunklere Bereiche der Blütenblätter treffen, entsteht eine harte Kante. Da sich, wie erklärt, der Schwellenwert nur in einem Bereich aufhalten kann, gibt es hier die Funktion Skizzenspur. Aktiviert ist sie so schlau, dass sie Kanten sucht und diese verfolgt. Auch wenn sie dort noch ein paar Ausreißer hat, funktioniert das ganz gut. Nacharbeiten können nützlich sein, aber das Ergebnis ist schon prima. Ein kleiner Tipp für dieses Thema. Ich zeige das wieder an meinem Blümchen. Im Menü Werkzeuge den Punkt Bild anpassen. Er liegt direkt über dem Punkt Bild verfolgen. Dieser Punkt dient eigentlich mehr der Gravureinstellung. Aber hier kann man das Bild prima in Kontrasten, Helligkeit und seinen Gamma-Wert verändern. Das kann helfen, das Bild vorab zu optimieren. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für Euch. Auch wenn ich es nur grob erklärt habe, war es doch lang. Wenn es Euch gefallen hat, dürft Ihr mir ein Like geben und wenn nicht, dann ein Abo. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wenn alles klappt, zeige ich Euch dort ein kleines Versteck. Wer mag, darf gerne einschalten. Dicke Dragon Küsschen. Startsdaten Das sind die Linke da überall. Man demnum Gäste ist immer noch cleaning. ...